Woher hingegen? Wissen wir nicht sein, dass irgendwann irgendwas passiert. Vielleicht passiert auch nichts. In einem Haus voller sogenannten Gäste. Weil wenn wir keine Gäste haben wollen, dann wollen wir sie damit einfach verschieben. Also ich mach dir ja keine Sorgen. Irgendwann wird schon jemand kommen. Untertitelung im Auftrag des ZDF! Untertitelung des ZDF, 2020